Kommen Sie rein in unseren Firmatempel, wir verkaufen Brillen und den anderen auf die Krämpel. Oben links, da finden Sie unseren Nulltarif und fürs Teure fassen Sie nach unten rechts hier ins Tief. Unsere Gläser, die sind stets von Zeiss. Auf ganz besonderen Wunsch trinken Sie auch anderen Schaden. Habe ich Ihnen eigentlich schon mal von unserer Versicherung erzählt? Ach nein, das ist mir ganz neu. Da haben wir so zwei Ausführungen. Eine für 10 Euro, eine für 50 Euro. Ach, schönes Ding. Haben Sie auch was mit Warmwasserbeleuchtung? Herzlich Willkommen in unserem Firmatempel, unseren Seetest bringen Sie hier auch mit nem Stempel. Wenn es nicht klappt, na ja, Sie wissen schon, dann machen wir erstmal ne schöne Refraktion. Dazu gehen wir, mein Glaubt ist kaum, in einen hübschen kleinen separaten Raum. Lesen Sie doch bitte mal die oberste Zeile vor. Drops. Sehr schön. Und nun die zweite. Gitz-Kritz-Kritz-Kritz-Mupp. Ich hoffe, Sie haben jetzt ein deutliches und scharfes Bild. Ach, nicht nur ein scharfes Bild. Ist ja das reinste Bilderbuch. Kommen Sie rein, in unserem Firmatempel. Sei es auf den Blin und den anderen auf den Krenten. Unser Brille kriegen Sie garantig sein Empbü. Doch das Beste, das erraten Sie dir nie. Sag's Ihnen einmal, aber laut Reklamation Behandeln wir sie, als wären sie unser Sohn. Na, du kleiner Schlingel, hast du wieder deine Brille kaputt gemacht? Ja, ja, ist nichts passiert. Nee, nee, ich weiß. Das sind immer die bösen, bösen Nachtschränke. Hingelegt, nichts war, nächsten Tag war sie kaputt. Nur so'n oller Lastwagen ist drüber gefahren. Aber natürlich, Garantie wird doch aber selbstverständlich. Der nächste, bitte.